Einen wunderschönen guten Tag aus dem Auto, Freunde. Für mich geht es jetzt auf in die Schweiz. Es stehen ein paar sehr, sehr nice Tage an. Snowboarden mit dem Sandro, der Shisha Summit. Das ist eigentlich der Grund, warum ich Richtung Zürich fahre. Aber das bietet sich natürlich direkt an, dass ich noch ein paar schöne Tage beim Sandro verbringe. Und deswegen, let's go, ab auf die Autobahn, zweieinhalb Stunden Fahrt, dann gibt es einen Kaffeestopp und dann nochmal zweieinhalb Stunden Fahrt, dann bin ich beim Sandro. Und heute Abend streamen wir auch noch direkt beim Sandro. Ich würde sagen, wir fahren los. Nach einem kurzen Kaffeestopp bei Lüdi geht es jetzt weiter in die Schweiz. Und ich fahre hier gerade schon ganz, ganz wilde Serpentinenstraßen hoch. Also das ist schon ein sehr schöner Vorgeschmack auf die Schweiz. Ich muss dann gleich noch irgendwo eine Vignette kaufen, irgendwo nochmal was essen. Und dann sollte ich gegen 18 Uhr beim Sandro sein. Und dann müssen wir auch schon ganz schnell Stream vorbereiten, weil eigentlich geht 18.40 Uhr der Countdown los und um 19 Uhr der Stream. Also let's go, Freunde, Abfahrt. Und mit dem wunderschönen Sonnenuntergang fahre ich in die Schweiz rein. Nicht mehr lange, dann bin ich beim Sandro angekommen. Ich wurde noch geisteskrank vom Zoll auseinandergenommen. Oh, guck mal, Hundis. Ui. Ja, ich wurde noch geisteskrank vom Zoll auseinandergenommen, aber jetzt bin ich bald da. Hallo, bist du wieder angekommen? Hey. Und es gibt direkt Gäskriller. 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 Auf einer Skala von 1 bis 10, wie gut war mein Schweizerdeutsch? Das war gut, das war eine 8. Eine 8? Ja. Und guck mal, wer da auch direkt ist. Hallo. Oh. Hallo. Einen wunderschönen guten Morgen aus der Schweiz. Wir fahren jetzt los. Und dann können wir es noch bauen. So, wir sind umgezogen. Sandro ist am Start. Und wir haben noch den Alex eingesammelt. Und jetzt fahren wir hoch. We made it, friends. Wir sind auf dem Lift. Also auf dem ersten richtigen Sessellift. Wir haben den Stream am Start. Grüße an jeden, der reingeguckt hat in den Stream. Und da drüben ist der Kameramann, IAL-Beauftragte. Swizzy aka Sandro aka IAL-Boy aka Swiss Home Piston Boy. aka Dollar-Stick. Und der Alex auch noch mit. Das ist so eine schöne Aufnahme. Das sieht so geil aus. Hammer. Ja, es geht gleich los. Eben wurde direkt einer runtergefahren. Den hat es schon zerrissen. Das versuchen wir heute zu vermeiden. Kein Risiko. Spaß. Und so. Let's go. Äh, gute Frage, gute Frage. Jacke, Hose. DC-Ball. Uiuiui. Und dann mit dem nächsten. Wir können mal etwas nach vorne. Holy shit. Okay Sandro, mach mal ein Backflip. Ne, in der Halfpipe. Das ist krass. Es kommt einfach nicht drüber, wie steil das ist. Eigentlich müsste ich es so halten, gefühlt. Und da hinten ist noch der Kumpel von Oma. Ganz da hinten. Und der Alex ist natürlich auch noch dabei. Oma macht übrigens die Alpaka-Köpfe. Gut, weiter geht's. Bis jetzt habe ich mich nur einmal richtig gemault. Ja. Ich hoffe, das bleibt so. So, noch ein kleiner Stopp zum, äh, wieder auffühlen, ne? Du nimmst auch eine Chäiswurst? Ja, Chäiswurst. Chäiswurst. Okay. Weil bei uns heißt es Wurst. Ja, Chäiswurst. Okay. Käsewurst. With a few. Und einen sehr leckeren Kaffee gab es auch noch. Aber der ist schon weg. Sandro, thank you for inviting me. Kiki. For the Swiss Guiden. Sandro ist our personal Swiss Guiden. Das ist die Pustung. Sehr gut. Da vorne dann wieder. Da vorne dann wieder Speed. Ja, jetzt wieder Speed. Na gut. Ist das nicht Speed? Nein. Speed. Talabfahrt Flims, um die Alpaka-Boys zurück zum Hotel zu bringen. Und dann gucken wir mal. Aber, boah, meine Bänder links. Holy shit, sind die rechten. Rechter Fuß gar nichts. Durch den rechten Fuß geht es hervorragend. Linker Fuß. Uiuiui. Also, ich glaube, ich schwöre zwei von meinen zehn Links nicht mehr. Ich habe zwischendrin mal aufgemacht. Dann wird es besser. Ich glaube, ich habe am Anfang zu fest zugemacht. Aber auf der linken Seite das Band, was da rüber geht. Eieieiei. Eieieiei. Ja, und die Boys hier. Die sind fleißig am davonpezen. Machen hier Pirouetten wie sonst was. Bei dem Speed, wenn ich drauf war. Aber guckt euch mal diese Aussicht an. Da kann man auch den ganzen Tag im Schnee sitzen. Zeige ich euch, wie es ist. Aber das Snowboarden auch gut. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Alter, so krass. Du kommst da hinten aus so einer Felsformation. Und dann guckst du einfach hier hin. Also, ihr seht schon, aktuell ist sehr wenig Schnee. Aber die Pisten sind trotzdem cool. Sind zwar in Anführungszeichen nur 120 von 250 Kilometern auf. Aber ich finde es trotzdem sauneis. Ich habe schon ein paar Schnee-Events gesehen. Und auch Games und sowas. Aber wie riesig diese Dinger sind. Das kannst du dir wirklich erst vorstellen, wenn du hier stehst. Ich bezweifle auch, dass das auf dem Video rüberkommt. Also, ihr seht, wie steil das ist, wenn ich halt jetzt die Kamera zum Horizont. So wäre ausgeglichen. Aber guck mal, wie klein Sandro daneben ist. Geisteskrank. Das ist absolut geisteskrank. Wir fahren hoch zur letzten Abfahrt. Und hier ist die Halfpipe. Und Sandro, was hast du gesagt? Größte Halfpipe Europas? Höchste. Höchste. Vielleicht auch längste. Wo ist er? Wo kommt er raus? 7 Meter. Kommt nicht raus. Spring mal rein. Zeig mal was krasses. Go. Mach was krasses. Mach einen Flip. Na fast. Ich sag mal so. Krasser als ich. Allein da so durchfahren zu können schon. Respekt. Alright. Letzte Abfahrt des Tages. Wir sind gleich beim Schokoladenoutlet. Und hier ist der Wallensee. Itch. Is chocolate time. Schokoladenoutlet. Let's go. Ihr nehmt das ziemlich ernst mit eurer Schokoladenoutlet. Ja. Dann können wir uns so. Oi, 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 oi. Willkommen. So, das ist nur ein kleiner Bruchteil von dem, was ich eingekauft habe. Das ist nur der Autoproviant. Die wahre Lieferung. Die ist im Kofferraum. Sandro. Ja. Ist ganz schön hier, oder? Schön, ja. Aber weißt du, was mich fragt? Das ist eine Pfeife. Wo ist Shisha? Ich glaube, hier sind wir richtig. So, also Hauptgang ist durch und Vorspeise fehlt noch Dessert. Sehr, sehr wild. Ist, glaube ich, das erste Mal, dass die Shisha-Szene zumindest, was die Hersteller, Marken und Co. angeht, dass die alle so zusammengetrieben werden. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Abgesehen von der Shisha-Messe natürlich. Aber da hat eigentlich immer jeder so viel zu tun, dass man da nicht wirklich reden kann. Von daher ist das schon eine geile Sache hier mit dem Summit. Mal gucken, was man vielleicht alles so an Infos bekommt, was man rauskitzeln kann. Morgen sind viele Vorträge, die sehr interessant für jeden sind, der so geisteskrank drin ist. Aber maybe nicht so interessant für viele Leute sein werden. Also schon sehr viel, ich sag mal, Fachgesimpel. Eigentlich interessant, aber maybe nicht für jeden. Das sieht aus wie die Pfeife. So, eventuell gab es auf dem Event keine Pfeife. Und deswegen bricht hier gerade große Shisha-Avati auch spontan in Sandros Keller aus. Alles okay? Ja. Nice. Ja, auf jeden Fall machen hier gerade alle Pfeife sauber. Kohle liegt. Der Hut-Hack wird heute richtig gefordert. Ich hab mit Sandro einen Cane-Mint gebaut. Ich hab mir einen Lavender-Mint gebaut. Was brauchst du mir? Liebe. Und jetzt gucken wir nochmal in den IRL-Stream von heute Mittag rein, ob das alles so geklappt hat. So, Sandro hat gerade noch versucht, Eric und Ali-Ali Joscha zu überreden, so eine Chili zu essen. Und Ali wartet jetzt auf ein Glas Milch und dann versucht er es tatsächlich. Und der Mo danach auch noch, ne? Mo, komm. Ich mach das wirklich, aber du musst mit durchziehen, Rob. Das ist jetzt heute Mo und Marf in Gefahr. Mo isst eine Chili und Marf lacht. Du hast nichts mitgemacht, das ist wirklich Milch, oder? Soll ich einen Schluck nehmen, oder? Beste Schweizer Komi. Und es scharf? Nimm mal deinen Fuß weg. Boah, ja. Du musst dich vorbereiten darauf. Ich habe Respekt davor, aber... Das ist nur ein Arme nehmen. Let's go. Klingt hier erst noch eine Zeit? Nein, die ist da nicht so schön. Siehst du? Also wenn es nicht noch schlimmer wird, ist das gerade echt in Ordnung? Außer du fahrst ein bisschen. Ich habe mir das jetzt spannender vorgestellt. Wie lange soll ich spielen, wenn es so scharf wäre, dass ich... Boah, du weißt doch nicht. Das wird scharf. Nein. Wo sollst du ihn jetzt hinlegen? In deinen Mund essen. Und? Ja. Da steht bei mir schon ein bisschen anders. Ja, ja. Aber ich sage, es ist nicht so, dass du sagst... So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin körperlich am Arsch. Schlaftechnisch am Arsch. Aber ich habe einen Kaffee. Hier. Und süße Katze. Süße Katze. Ui. Oh, ich glaube gleich werde ich gefetzt, wenn ich den Bauch anfasse. Das lassen wir. Es ist kurz vor acht. Wir fahren gleich los. Um neun geht das Summit los. Mh. Kaffee. Wir fahren rein nach Zürich. Es ist etwas früh. Ja. Da ist der Hartturm. Das ist die Hartbrücke. Hartbrücke, Hartturm. Wir sind hart müde. Noch ein schneller Frühstücksdonut. Und dann sind wir wieder beim Pfeif. Let's go. Ganzen Tag Vorträge, Meetings. Businesses, businesses. Businesses. Alright. We are back. Heute ist der Tag der Vorträge. Also ich muss schon sagen, es ist auf jeden Fall geil, wer alles am Start ist. Wirklich die halbe Shisha-Szene vereinigt. Natürlich Swizi. Harley mit Erik. Team Aeon ist am Start. Team Nagilem ist am Start. Nameless. Aino. Fresh Smoke. Zip Smoke. Ui. Ganz, ganz viele. Dann auch viele, ich sag mal, Tabakindustrie-Experten. Wir haben zum Beispiel heute noch was über Track and Trace und so. Und auch sehr, sehr cool. Es gibt sogar eine Übersetzer-Booth. Weil die Vorträge auf Englisch sein werden. Aber es sind halt internationale Leute da. Viele noch aus Spanien und so. Sehr, sehr cool. Also ich bin gespannt. Oh, da ist noch Stimulation. Wichtig. Ja. Hinten kommt gerade noch Team Shisha-König Schweiz rein. Sehr nice. Gut. Bin gespannt, was wir heute hören. Für 200 Gramm. 160 Euro pro Kilo. Wenn wir das mal vergleichen mit den 84,50 Euro, dann haben wir den Preis fast verdoppelt. So, nach dem ersten sehr interessanten Vortrag von Volke gibt es jetzt erstmal ein kleines Frühstück. Oh. Da bocke die. So, es gibt bzw. es gab Mittagessen. Sehr lecker. Leider sehr wenig. Deswegen bildet sich voll die Schlange. Und wir geiern alle auf die Hähnchenspieße. Aber die kommen nicht hinterher. Hallo. sehen. Hallo. Hallo, das ist die Brasilien-Geschichte. Es gibt 2.5 Lund, Inc. hier heute. Bei uns ist Reza Bava. Bitte ein Applaus für Kalupe. Ich kam mit dieser Mission für unsere Firma. Es war an einem Zeitpunkt, als ich wusste, dass vielleicht die Hucke-Pipe ein Tool für etwas mehr sein kann, als nur zu sitzen und zu schmieren. Und hoffentlich werden Sie das verstehen und das am Ende dieser Präsentation verstehen. Ich war sehr begeistert, weil das Ding war wie ein soziales Magik-Wand. Als ich das Ding hatte, konnte ich mit Menschen in einem völlig neuen Weg. Und diese Nacht habe ich mit meinen Freunden in einer Art, die ich nie hatte. So, that's it. Wir laufen raus. Das war's für den Shisha Summit. Noch mal sehr wilde Vorträge zum Ende. Also gerade der letzte offizielle Speaker, Reza von Kalupe. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, Andro, aber ich habe ein bisschen Gänsehaut. Das war wild, ja. Das hat Emotionen ausgelöst. Das hat echt Emotionen ausgelöst. Da war ich so, ja, wir werden alle an einem Strang ziehen und Shisha ist das beste Hobby der Welt. Nee, war echt geil. Weißt du, was auch geil ist? Was? Dass wir jetzt zu dir fahren, endlich einen Kopf brauchen. Der zweite innerhalb von 48 Stunden. Wollen wir uns teleportieren? Ja. Dann sind wir schneller da. Drei, zwei, eins. Hey. Oha. Boah. Teleportation ist es. Das ist es. So, den Sandro noch erfolgreich in zwei Runden Schar abgezogen. Erfolgreich ein Köpfchen geraucht. Und was fehlt jetzt noch fürs ultimative Glück? Pizza. Let's go. Zeit für Pizza. We got the pasta and we got the pizza. Marvin is tough. Ich esse deine Soße. Du versuchst mich umzubringen in flüssiger Soßenform, wie siehst du es? Tonne. Was übrigens bei uns immer Thunfisch wäre. Mal Zeit. So, die Pizza wurde vernichtet und wir haben noch den lieben Herr eingesammelt. Der Max und wir machen jetzt Köpfchen. Yes. Weißt du schon, was du brauchst? Äh, ja. Ah, du hast Darkside Shot dabei, ne? Aber da hast du keine Ahnung, was das ist, ne? Ne, wer das übersetzen kann, bitteschön. Ja. 30 Gramm. Mal gucken, wie der Solaris läuft. Ja. Ich weiß auch noch nicht, was ich brauche. Bis jetzt habe ich nur den Trifecta Lavender Mint. Ach, hast du noch einen? Ja, dann gucken wir mal, was das ist. Vielleicht probieren wir den. Ah, das ist auf jeden Fall Granatapfel. Bisch. Bisch, ja. Bisch, ja. Malina. Das ist Granat. Ich weiß nicht mehr, was das H war. Also das B ist B, das umgedrehte N ist ein I, glaube ich. Ja. Das W ist ein Sch und das umgedrehte R ist ein Ja. Bisch, Bisch, ja. Bisch, ja. Also wir haben übersetzt. Das ist Barbary, Grape, Lime und das war Granatapfel, Cherry mit noch was. Wir bauen. Bist du Töne? Bist du Töne? Bist du Töne? Bist du Töne? Töne? und jetzt pusten drücken und pusten sandro du musst drücken sandro du musst drücken krass einen wunderschönen guten morgen ich war schnell ich habe köpfchen gebaut sandro ist aufgestanden hat ein angebautes köpfchen great success war für den tenden für den tag für den tenders habe ich gebaut den sandro wintergreen den sandro kein wind und für den trifecta habe ich einmal gebaut den marvin lavender mint den blaze limehype und den citronen minse so wir fahren jetzt nach luzern aber erstmal gibt es nüni was nehmen wir zum nüni sogar rabatt let's go aber ich glaube ich will hobelfleisch ich weiß nicht was hobelfleisch ist aber es kriegt fancy und was ist gruehl ist guter käse es guter käse ist guter käse ist dann nehme ich einen guten krass hallo wir fahren nach luzern das ist eine weitere stadt in der schweiz die ich mir noch angucken muss jetzt gehen wir einen kaffee trinken dann gucken wir was man hier für einen wilden kram machen kann und dann machen wir wilden kram oder genau machen wir merkt schon sandro ist geistestang motiviert das ist richtig was man ja wir stehen wirklich schon seit drei stunden an dieser ampel hier schmutz schön wisst ihr was ich geil finden an luzern also jetzt schon dass du basically kein auto fahren kannst weil alles immer rot ist ja bis jetzt die schöne haus wasser haben sie auch menschen gibt es eines von diesen hier ein parkhaus bitte oh nein da ist gerade ein platz weg okay wir sind da luzern city let's go und was findet man natürlich direkt wir haben den shisha shop gefunden der shisha stan aber es ist sonntag und deswegen ist zu aber ganz wilde pfeifen hier ganz sandro hast du die schon ach das ist sogar eine amy oh die ist doch geil guck mal hier unsere nächste travel pfeife und die hat sogar noch extra zwei für uns da was drin hat der wuka das ist der wutek für arme aber wild das ist der starsmoke die verpackung sieht schon aus als ob die vor 18 jahren auf der cab rumlag okay mehr amy wir haben snacks und hinten sind wukas wild und tabak haben sie auch wild 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 da müssen wir ton muten lecky 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 ähm es gab noch einen kleinen zwischenfall was ist das maximal zulässige gewicht für schweizer stühle nicht einzeln nicht meins so wir haben gegessen jetzt laufen wir ein wenig durchs luzern ich habe noch meine flugrolle im abgang vom stuhl geübt also schweizer stühle anscheinend nicht für große schwere deutsche menschen gemacht ich dachte ihr baut stabile sachen ich habe nicht stühle nicht stühle und wir haben unseren plan ausgearbeitet den verrate ich euch aber nicht wir melden uns an der ersten station so und ich muss jetzt noch heiße maroni probieren ist das eine luzerner spezialität oder eine schweizer spezialität die kommen aus italien aus dem tessin da wachsen die das sind nicht die normalen kastanien das sind maroni ja wir essen an weihnachten kenne ich auch maronen karamellisiert aber ich kenne das nicht so als snack wir probieren das und in schweizer manier muss alles witzig heißen fruchtkörtli, rostakruchli ah ja und man sagt hier nicht laugen also laugenbrezel heißt dann zwar auch wieder laugenbrezel aber eigentlich heißt laugen hier ist silza das dann das da aber bei brezel sagt ihr irgendwie wieder laugen also es macht nicht so viel sinn nicht immer nur also ihr sucht euch aus wie ihr lustig seid verstehe ja also wir haben jetzt heiße maroni du hast eine seite für die maronen du hast eine seite für die maronen du hast eine seite für die schale dann musst du dir eine heiße maroni nehmen dann musst du es aufklappen machst du die schale weg und dann geht es kaputt und dann schmeckt heiß aber gut so sandro hat gesagt dieser brunnen ist berühmt wir wissen allerdings nicht wegen was aber ich erfinde jetzt einfach die geschichte von den dämonen die die stadt luzern heimsuchen und von den dämonen die die stadt luizeern heimsuchen. von diesem tapferen Ritter besiegt wurden. Und aufgrund dessen haben die Luzerne ihrem Held und Befreier einen Brunnen gewidmet. Und das ist dieser Brunnen. Genau. Ja, bestimmt. So, aus Wissi Swiss Tour, ich muss noch kurz das Infoschild lesen. Aber das ist die Kappelbrücke. Die ist wohl mal runtergebrannt. Dann haben die wieder aufgebaut. Und jetzt sieht das Ding wieder 1A aus. Und gleich erfahren wir mehr, nachdem das Infoschild gelesen wurde. Die Kappelbrücke wurde im 14. Jahrhundert erbaut, komplett aus Polz. Sie diente als Teil der Befestigung der Stadt Luzern. Doch leider, da drüben haben wir noch den Wasserturm, den sehen wir da. Und der war in der Vergangenheit ein Gefängnis. Um 1993, etwa, passierte das Tragische und die Brücke brannte ab. Gasse, 110 Brückenbilder verschwanden. Und das dauerte sieben Jahre, bis sie wieder nach dem alten Stil aufgebaut wurde. Und heute sehen wir das Replika, also den Wiederaufbau der Kappelbrücke. Hier sehen wir auch noch ein Bild von Brand. Da hat jedem Luzern das Herz geblutet. Ui. Ja. Da sind wir jetzt. Bitte lassen Sie eine Bewertung auf Google da. 10 Fuß Stern. So, da sieht man nochmal die Brücke. Und da drüben ist ein tolles Hotel. Da war der Sandro schon mal zum Arbeiten. Und hier ist noch eine Brücke. Und hier ist kalt, ich will meine Hand wegpacken. Tschüss. Hier sehen Sie ein sehr schönes Haus. Das Zunfthaus. Eventuell gibt es noch Dunkin' Donuts. Gott sei Dank seht ihr nicht, was wir bezahlt haben. Das ist nämlich viel zu viel für sechs Donuts. Aber die sind lecker. So, hier ist noch das Old Swiss Haus. Und jetzt suchen wir noch einen Löwen. Hier ist noch der Kletschergarten. Hier gibt es noch eine Timeline. Könnt ihr euch Pause drücken, falls ihr euch das durchlesen möchtet. Auf jeden Fall erzählt uns auch der Sandro noch was zu der Geschichte. Und da ist noch eine Mini-Kapelle. Founded. Wir sind drinnen. Und es gibt wohl eine Formel 1-Ausstellung. Oh, und Löschfahrzeuge. Und eine... Wie heißt das? Tante Ju. Tante Ju. Können wir da rein? Komm, Sein-Drop. Wir fliegen ja noch nicht hin. Ich habe schon ungefähr zwei Stunden im Flug-Simulator. Das geht schon. Mehr weiter kann man nicht rein. Das geht auch nicht dazu. Nein. Oh, oh. Sandro, bist du ready? Ich bin alleine. Oh Gott, ich bin alleine. Sandro, genau. Oh, der ist komplett... Ich habe ein Bein. Ja, Sandro. Ready? Okay. Springen wir? Oh, ach so. Und war wild. Das ist anders wild. Das ganze Haus mit Verkehrsschildern. Sehr cool. Das ist sick. Ich frage, dass ich mich in der Garage nicht kenne. Das letzte Mal haben wir Käse-Automaten in der Schweiz gesehen. Jetzt sind wir Motoröl-Automaten. Ich frage, was das ist. Wie sähe das ultimative Rennauto aus? 2010 gebaut. Boah, die sehen schon einfach geil aus, die Dinger, ne? Und hier hinten sind auch noch ein paar Drift-Cars. Auch sehr wild. Und hier hinten sind auch noch ein paar Drift-Cars. Oh, oh, ich habe Angst vorzurennen und direkt. Sina? Ja, ich muss verwichsen. Das ist auch mal ein Motor, ne? Oh, noch die U-Boot-Abteilung und Taucher-Abteilung. Geht ihr Boote angucken, haben sie gesagt. Das wird toll, haben sie gesagt. Das ist einfach noch ein kleiner Schleusensimulator. Hast du auch schon mal Schleusensimulator gespielt? Nein, ich war schon in Schleusen. Ich wohl auch. Stellt euch mal vor, wie krass das gewesen sein muss. Als man einfach nicht mehr den Berg hochlaufen musste. Ui. Ich dachte, ehrlich gesagt, die wären ein bisschen größer. Nicht? Ja. Guck mal, dieser Turn 5 hat der Basti letztens aus Lego zusammengebaut. Aber die waren ein bisschen kleiner. Die Bergwacht, sagt man das so? Rega? Rega. Rega. Also, wenn du dich beim Snowboarden zu hart aufs Maul packst, dann holen dich die Broodies ab. Das ist zwar Ehre, aber ich hoffe, wir brauchen das trotzdem nicht. So, der Sandro fliegt mich dann später im Privatjet nach Hause nach Deutschland. Ne? Was glaubst du, warum das Swiss Shisha und Swiss Air heißt? Zufall? Ich glaube nicht. Und sehr, sehr krass. Hier ist einfach noch die Originalkapsel vom guten Herr Baumgartner. Das ist krass. Und Satelliten hängen hier auch einfach rum. Sehr, sehr wild. Oh. Eine Felgen. So, Technikmuseum macht gleich... Technikmuseum. Jetzt bin ich schon im falschen Museum. Verkehrshaus macht gleich zu. Dann machen wir einen Abflug. Und nachher ist ja auch noch Street. Alright. Luzern gesehen. Luzern für gut befunden. Verkehrshaus gesehen. Verkehrshaus für gut befunden. Jetzt. Back to Sandro Town. Und wir sind am Zürich Flughafen. Jetzt sei doch kurz ruhig, bitte. Wir sind am Zürich Flughafen. Weil wir wollen noch Fajita machen. Nein. Wir wollen noch Fajita machen. Und fahren geradeaus, ja? Ui, das war ganz schön knapp. Ui, da kann ich nicht durchlaufen. Anyway, wir wollen Fajita machen. Und es ist Sonntag. Wir brauchen Sachen zum Einkaufen. Am Flughafen haben Sachen zum Sonntag zum Einkaufen auf. Und deswegen sind wir jetzt am Flughafen zum Einkaufen. Links. Ui. Hey Sandro, da fliegt dein Flieger. Da steht Zwist drauf. Da ist noch einer. Mission. Warum grinst du im Auto? Man hat sich ja nicht die Kamera aufzuschalten. Mission Fajita zu Taten startet jetzt. Go. So, der Sandro ist am Reloaden. Ich bin active. Wir haben alles für Fajita. Und ich wurde offiziell eingebürgert. So ein Ding ist. Oder? Basically? Basically. Ja. Okay. Jetzt schnell heim. Schnell Fajita. Schnell streamen. Yes. Kein Appertörtchen? Nein. Okay, we made it. Oh ja, das ist übrigens noch mein Riesen-Shoki-Vorrat. So. Bin ja jetzt eingeschwäzert. Und ja. Jetzt alles schnell reintragen. Dann schnell futtern. Dann schnell streamen. Alright. Wir sind wieder im Keller. Oder ich bin im Keller. Der Sandro und seine Freundin bereiten Essen vor. Und das lässt mir natürlich einmal Pfeifen sauber machen. Stream vorbereiten. Weil heute ist Sonntagabend. Wir schaffen zwar nicht 19 Uhr, aber 20 Uhr gibt es einen Stream. Und dafür mache ich jetzt wohl mal alles ready. So, die Pfeifen sind sauber. Der Stream ist vorbereitet. Und jetzt werde ich zwei Köpfe machen. Einmal für mich. Und einmal für den Sandro. Let's go. Der Sandro kriegt einen Mix aus Green Tea, Bubba Dinner und einem Schuss Zitrone-Minse. Und ich weiß es noch nicht genau, aber ich werde mir auf jeden Fall irgendwas mit dem Trifecta Lavender Mint machen. Und schauen wir mal. Ja, ich zeige es euch gleich. Okay. Ui, die Vorspeise ist ready. Ui. Nein, was sagen wir? Leck, leck. Leck, leck. Und? Da. Und? Ui. Ui. So, der Kaffee wurde sich eingepackt. Wir sind schon on tour. Es gibt den Snowboarding Day 2.0. Aber erst gehen wir kurz in den Kopen und gucken was ein. Sagt ihr das so? Nein? Nein? Okay, gut. So, Freunde. Wir sind schon umgezogen. Hey. Und wir hüpfen jetzt in unsere Gondel. Und dann geht's hoch auf den Flumser Berg. Gut. So, die ersten Abfahrten sind drin. Der Sandro ist natürlich wieder live. Das sagt mal. Du bist live. Ja gut, du bist bei mir live, um genau zu sein. Ich versuche einfach nicht zu sterben. Yay. Aber guck mal, es hat geschneit. Es liegt deutlich mehr Schnee als das, was wir in Lachs noch hatten. Wann waren wir in Lachsabend? Freitag. Heute ist Montag. Ui, die da hinten sieht aber wild aus. Die da zwischen den Bäumen rauskommt. Ja. Ich versuche nicht zu sterben. Vielleicht drücke ich dem Sandro irgendwann nochmal meine Kamera in die Hand. Ja. Aber das Problem ist, der Sandro hat meistens schon eine Kamera in der Hand. Dann hast du zwei Kameras in der Hand. Oder du nimmst die Aufnahmen vom Stream. Ja. Maybe auch. Aber da sieht man nur dich. Nein, ich finde nur dich immer. Ach so, echt? Ich fahre unter dir. Ich analysiere deinen Stil mit uns zusammen. Ich habe immer noch Fragen gerichtet. Ist das so? Ja. Okay, dann seht ihr jetzt, wie super ich schon Snowboard fahren kann. Hey. Denkt dran, ich war vor zehn Jahren, na sagen wir vor acht Jahren, da war ich in Dubai einen Tag in der Skihalle. Und abgesehen davon war ich jetzt zweimal in Winterberg. Aber ungefähr jede Piste hier ist krasser als alle Piste im Winterberg. Hier ist blau. Hier ist blau. Oh, das ist süß. Können wir das fahren? Ich denke ja. Weiter hoch müssen wir sowieso nicht. Oh ja, weiter oben ist es ein bisschen schlecht. Seht ihr das? Da sind überall die Wolken. Siehst du, was ich jetzt meine? Wenn es Wolken hat, ist es manchmal manchmal gut, aber manchmal nicht schlecht. Ja, aber hier gut. Hier gut. Okay, let's go. Hier ist richtig Winterwunderland. Ja, es hat jetzt wirklich die letzte Nachbar, wo es halt so geregnet hat, unten sind wir durchgefahren. Ja, da hat es wieder geschneit. Da hat es wieder geschneit. Mehr mit den Armen arbeiten. Armen. Genau. Es muss noch nicht cool aussehen. Am Anfang geht es darum, dass man vornimmt. Eee! Da kaufen die Bus. Der bin sehr aufgefahren. Der kann auch noch nicht wiederkommen. Hahaha. Bekappe, eins habe ich geschafft. Kaffe. So, jetzt kann ich aufgehen. Ich schau mal, wie ich euch da anmocke, weil jeder ist da. Das wird jetzt etwas holprig für euch, tut mir jetzt schon leid. Aber er hat es geschafft. So, die ersten Abfahrten. Oh, wir sind eben Tiefschnee gefahren. War okay, oder? Ja, du bist ja traversiert, aber du bist Tiefschnee gefahren. Auf der Toe-Side war scheiße, auf der Heel-Side war dann gut. Ja, unten waren 1-2 gute Kurven. 1-2 gute Kurven habe ich gemacht im Tiefschnee. Und jetzt gibt es was? Es war zumindest schon mal abseits der PS. Hör doch auf der Seite! Nein, das war wild, das war crazy, das war geistesgondel. Komm, wir genießen unser Red Bull. Prost! Holy shit, es ist so neblig geworden. Ich sehe den Boden nicht. Man sieht ab und zu mal so eine andere Gondel und das Seil kann man so ein bisschen verfolgen. Und man sieht ein kleines bisschen die Gondel vor uns, aber danach ist Ende. Geil, oder? Hammer! Alter, das ist so komisch. Ich sag dir, ich raffe nicht, wie ich fahre. Ja, ja. Ich weiß nicht, wie schnell ich bin. Ich weiß nicht, wo ich bin. Es gibt viele Leute, denen wird auch übel, wenn die so fahren. Das fühle ich zu 100 Prozent. Ich war gerade auch kurz total desorientiert. Das wird besser. Schau, wir sehen schon drei Pfosten. Ja. Oh. Ja, das bringt nichts. Ne. Das ist so strange. Du fühlst dich, als würdest du irgendwie so durchs Nichts floaten. Ja. Und wenn du keinen Anhaltspunkt hast, verstehst du auch nicht, wie du dich bewegst. Ja, wie schnell du bist. Ja, ich habe einmal Sport gedreht und war auf einmal so, nee, ich bin viel zu schnell, glaube ich. Aber nur so von den Windgeräuschen. Ganz komisches Erlebnis. So, und aufgrund von Very Much Nebel gibt es jetzt eine kleine Mittagspause mit, wie sagt man es richtig, Elbla Macaronen. Naja, fast. Naja, fast. Apfelmus, extra Gräs und eine böse Cola. Ich warte mal wo er landet. Okay, er legt sich hin. Auf seinem Kuppe. Moment. Der war gut für das Steißbein. Na? Aua. Der hat Bumm gemacht. Der hat Bumm gemacht. Am Steißbein. Bumm, Bumm. Aua. Aua. Bumm, Bumm. Aua, Bumm, Bumm. Aua. Aua. Jetzt. Ja, ja. Links, obendor. Na, das geht. Aua. So. Ja, wollte ich auch retten. Ich habe mich noch einmal heftig gemault. Jetzt tut mir der Arsch weh. Jetzt waren wir heim. Ja. Mit dem Nebel war schon heftig, der oben hängt. aber wir hatten auf jeden fall noch ein paar richtig geile runden und ich bin froh dass ich überhaupt noch mal zum snowboarden gekommen bin ja es ist nicht so spät dann können wir auch noch richtig rauchen wir fahren hier 100 in schweiz ist gemütlich wieso fokussiert denn schmutz auf der scheibe nicht den tunnel weil zu viel schmutz auf der scheibe machen sie fokussieren wir sind nicht mehr allzu weit entfernt von zu hause es hat angefangen zu schneiden und teilweise ist der boden bisschen mit schnee bedeckt und dann fahren wir durch den wald und die schweiz das ist schön und was gibt es? raclette 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 da kommst du aus der dusche gehüpft und der sandro hat dir einfach schon ein köpfchen gebaut ich musste nur noch die kohle drauflegen sandro kurs geht raus was habe ich denn gekriegt? einen wilden mix einen wilden mix einen ganzen wilden mix und was für einen wilden mix? was sagst du mir? ich sag dir das? na gut ich warte noch eine minute und dann raue ich mal an und guck mal hey tabakeraden challenge wuuuuh so und beim letzten mal hatten wir schon das erste schweizer nationalgerecht das letzte mal hatten wir fondue käse fondue und jetzt machen wir raclette und das ist nicht wie bei uns deutschen anfängern mit ich hole einmal raclette käse nein nein es gibt safran raclette bier raclette rotwein raclette trüffel raclette kürbiskurry raclette knoppli raclette und pfeffer oh ne es geht noch weiter röstel raclette gibt es auch noch holy shit was ist dein lieblings raclette? portwein portwein und? knoppli 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 ok ich dachte ich muss jetzt nicht mehr viel dazu erzählen aber anscheinend habe ich mein ganzes Leben lang raclette falsch gegessen man macht sich eine Kartoffel auf den Teller und dann hat Sina da nur Käse rein und ich war so warum isst du denn nur Käse? und Sina war so oh Marvin also man muss sich eine Kartoffel nehmen und dann schmilzt man den Käse also hier kommt nur Käse rein Käse in raclette und dann kippe ich den Käse über die Kartoffeln fertig that's it denkbar einfach denkbar einfach aber wir Deutschen sind wohl räklet dummkopf dankeschön dankeschön ich glaube ich probiere als erstes den Knoppli mhm 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 Und dann wird ein letztes Frühstücksköpfchen geraucht, den Kaffee habe ich mir ja eben schon gezogen. Kuhle wurde gelegt, HMDs wurden vorbereitet, jetzt baue ich noch Köpfchen, das letzte Frühstücksköpfchen in der Schweiz und dann geht es auf die Heimreise. Eventuell haben wir die Pfeifen jetzt nicht nochmal durchgespült und mit wir meine ich mich, der Sandro kommt gleich, sein Köpfchen heizt per Mickey Mouse Setup schon ein wenig vor. Dann kommt der runter, frisch geduscht, aus dem Bad gehüpft, gerade aufgestanden, boom, Kopf ready. That's the life, that's the life. Ja und nebenbei habe ich noch Sachen getestet, weil ich werde dieses Video für euch komplett in HDR bereitstellen, aber das habt ihr entweder jetzt gemerkt oder es ist viel zu spät. Und das war mein Trip in die Schweiz, Sandro nochmal ein riesengroßes Dankeschön fürs Beherbergen. Es waren zwei sehr schöne Tage beim Shisha Summit, wo wir echt viel gelernt haben und ich glaube sehr, sehr viele Einblicke bekommen haben, die man sonst nicht so bekommen würde. Snowboarden war übertrieben geil und einfach mal entspannt mit dem Sandro ein paar Köpfchen rauchen, mit ihm zusammen streamen war auch sehr, sehr nice. Also alles in allem bin ich zwar sehr, sehr viel gefahren, ich glaube knapp 1800 Kilometer bin ich gefahren, habe aber wieder super viele schöne Städtchen in der Schweiz gesehen, wir waren im Skigebiet. Es war einfach ein absolut gelungener Trip. Kurz fürs Gucken, ich bin froh, dass ich die Erinnerungen festhalten kann und auch noch mit euch teilen kann. Bis zum nächsten Video. Sayonara. Bis zum nächsten Video.